Was denken Sie über Köln? Köln ist eine wunderschöne Stadt, aber nicht so schön wie Düsseldorf. Was hältst du von Köln? Nichts. Also nichts. Also die Stadt, die versucht, ich sag mal so, nur wir können Karneval und die Kölner sind einfach unsympathisch. Ich liebe Köln. Ich auch. Warum? Köln ist cooler und es gibt viel mehr jüngere Menschen in Köln. Was hältst du von Düsseldorf? Gar nichts, muss ich sagen, als Kölnerin. Nicht viel. Als Kölner nicht viel, nee. Reiche Rentner. Also als Autofahrer unübersichtlich. Eine sehr gepflegte Stadt mit einem schönen Hafen, netten Menschen, aber manchmal etwas langweilig.